Wer für Nüsse hört, ist ein Pimmel, tralalalalalalala, der kriegt den Kopfhörerstecker nicht in die Kopfhörerbuchse, tralalalalalalala. Herzlich willkommen zu für Nüsse. Ja, auch von meiner Seite hier aus dem Jazzstudio in Lüneburg. Falls Sie es nicht gehört haben, es war gerade live eine Nagelpfeile. Pfeile? Pfeile. Mein Nagelbogen, muss öfter mal nachgeladen. Ich brauche jetzt meinen Pfleger. Es gibt bei Lille, du warst davon auch da, Pflegeratgeber von der Bild. Finde ich schon ganz schön frech. Pflegeratgeber? Pflege, genau. Auf der einen Seite Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten zu pushen und auf der anderen den Leuten Pflegeratgeber an die Hand zu drücken. Fotzenfritz.online. Meine neue Startseite. Das Dumme ist, das hat ja auch einer in den Kommentaren geschrieben, dass der dann bestimmt echt viele Follower, beziehungsweise nicht Follower, sondern Besuche auf seiner Seite kriegt. Ja, und? Kann ja sein, dass der halt dadurch irgendwie noch irgendwie mehr Werbeverträge oder Garantien. Scheiß kriegt. Wir haben gerade über Leute geredet, die nach dem Werbecasting noch im Castingstudio sitzen bleiben sollen. So eine hatte ich nämlich auch. Obwohl der Caster sagt, alles klar, danke. Ja, wir waren halt zu dritt drin. Ich war der einzige Typ. Es waren halt zwei Mädels da. Ich habe das halt zweimal gespielt. Warst du nackt? Ja, ich habe doch schon gesagt. Also schon. Meine Güte, hör zu. Und dann war auch die erste, ja, okay, dann bist du jetzt damit fertig. Ah, okay. Und setzt dich aufs Sofa. Du bist fertig. Ja. Also bei uns hast du nur gemerkt, da gab es halt einen kurzen Blick, aber es sollte halt weitergehen. Aber es war halt dann auch bei der ersten Runde, dass es gesagt hat, von wegen, alles klar, ihr macht jetzt das, also Inhalt sage ich jetzt mal nicht. Und es gab vorher einen Text. Also wir waren heute beim selben Casting. Ja. Es gab einen festen Text. Nicht viel, nicht viel Text. Ich würde sagen, insgesamt, wenn wir den so runterreißen. Und das soll Pimmelmeier-Kaffee sein? Genau. Dashback bitter und warm. Dann ist es, ja. Ja, jedenfalls war es so, dass es, glaube ich, insgesamt 20 Sekunden wird. Ich sage uns mal ein bisschen lauter. Ja, mach mal lauter. Wow. Ich glaube, so 20 Sekunden hätte man das runtergekriegt, so. Ja. Und der Typ fing halt an und hat den Text, also er hat nicht einen Satz hingekriegt und ich war halt voll irritiert. Ah, das ist doch der frische, penishafte Geschmack Andalusians. Genau. Pimmelmeier-Kaffee. Und dann ging es halt irgendwie immer weiter und weiter. Und du siehst halt den Caster, der halt einfach nur so ganz ruhig auf den Monitor schaut. Und ich denke so, okay, du hast irgendwas verpasst. Der meinte, der Text wäre improvisationsfreudig und du nimmst ihn mal ganz grob. Und es ging halt weiter und weiter. Und danach meinte er, ja, okay, versuch mal ein bisschen aus dieser Energie rauszugehen. Weil der hat dann halt auch vorher gesagt, Theater und weiß nicht, wie viele Jahre er gespielt hat. Ich glaube, zehn. Und hat dann echt schön, vor der Kamera stand er halt so zwei Meter vor der Kamera und hat die zehnte Reihe bespielt. Mit irgendwelchen Mörder-Emotionen. Und seine Spielpartnerin war halt weg. Die war einfach weg. Die war nicht von wegen, dass sie, sie sollte, am Anfang hieß es von wegen, ja, und du denkst, was macht denn mein Mann da gerade so? Und die, die dachte nur so, what the fuck? Und stand die ganze Zeit nur so apart daneben. Was halt einfach, der hat halt so eine krasse Show von zwei Minuten gemacht. Und dann hat er halt einfach nur die Info gekriegt, der hat ein bisschen weniger. Und dann war ich irritiert, weil ich dachte, Alter, wer hat einen Text? Warum, wie? Und dann war ich dran und dann hieß es, habe ich so gefragt, soll ich den Text auch eher freinehmen? Und dann guckt er mir an, wieso hast du den Text nicht gelernt? Und dann habe ich gesagt, doch, doch, aber es wurde ja gerade. Und dann war der Kollege noch im Raum, obwohl es einmal heißt, danke, und dann gehst du weg. Und er saß halt im Raum noch drin und dann gesagt, doch, aber gerade wurde es ja ein bisschen, also ein bisschen größer genommen. Und dann meinte er, nee, machen wir den Text. Von dem Typen, der den Text nicht gelernt hat, meinst du? Und dann meinte er, nee, machen wir den Text. Und dann war es halt eine ganz andere Nummer. Und das Krasse ist, dann waren wir fertig und dann war es halt auch so, okay, alles klar, danke. Und ich habe mich natürlich nicht hingesetzt, habe meine Sachen genommen und die Tür aufgemacht und habe gesagt, okay, ciao. Und dann guckt der Typ so den Kaster an und mich an und man, okay, und steht so langsam auf, so von wegen, gibt es jetzt keine Nachbesprechung. Und da habe ich gedacht, Alter, ich dachte, wir arbeiten noch mal gemeinsam an der Szene. Was ist denn der Hintergrund dieses Pimmelmeier-Kaffees? Genau. Wo kommt der Pimmelmeier-Kaffee her? Wo war der Pimmelmeier-Kaffee gerade davor? Und warum trinkt ihn jetzt dieser Bergarbeiter während einer Schicht? Ja. Ja. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, vielleicht war der wirklich so lange beim Theater, aber dass der halt dann auch mit Kollegen, und du hast ganz klar dieses, vorher dieses süffisante Grinsen von Theater-Schauspielern gehabt, von denen, das ist hier eine totale Unterforderung und auch wirklich unter meinem Niveau, das wisst ihr. Ja, witzigerweise, die, die sich bei, die, die bei mir im Casting sitzen geblieben ist. Auch Theater-Schauspielerin? Ähm, wir sollten uns da kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Penis-Line. Ich bin Diplom-Schauspielerin. Diplom-Schauspielerin? Okay, dann war sie definitiv von einem Staatlichen und danach. Ich habe auch ganz lange Theater gespielt und jetzt spiele ich gerade in der Sat.1-Serie Penisköpfe 3 mit. Da drehen wir jetzt gerade die dritte Staffel. Und ich dachte so, ach, meine Güte, die besetzen auch immer die Richtigen. Ja, aber du weißt halt, dass die Caster, die halt permanent angeschrieben werden und da nicht darauf reagieren, ab und zu mal ins Theater gehen und dann das Gefühl haben, ey, ich habe was entdeckt. Ja. Und die denken, ja, okay, dann mache ich mal eine Soko 12, 7, 8. Ja. So. Und, naja, der hat halt auch gesagt, von wegen voll intensiv und ganz imbrunstig über Theater gesprochen und dann gesagt, ja, jetzt habe ich gedacht, schaue ich mal so ein bisschen Film. Das war der Bereich Kamera. Und dachte ich, okay. Und ich habe halt dann auch wieder gedacht an unsere bekannten Caster, mit dem wir schon ein paar Mal am Tresen saßen, beziehungsweise ich. Und der gemeint hat, von wegen, kann er alles verstehen und jede Einstellung, aber wenn du die Einladung über deinen Agenten hast, die Info gelesen hast, das Treatment und bla bla bla. Und dann hinfährst und Termin hast und vorne gewartet hast und dann drin bist im Studio. Ab dem Studio ist kein mehr, ich finde das doof, das Produkt ja scheiße. Ich weiß auch nicht, ich mache eigentlich mehr geilere Sachen. Ich verstehe die ganze Zeit, dann geh halt nicht hin. Also du bist da halt fünf Minuten drin oder so. Und in dieser Zeit machst du das, wofür du auch die ganzen, weißt, wofür du da bist. Ja. Und dann hat diese Sache von den Leuten so, ich habe jetzt den Text nicht so richtig gelesen. Es ist halt echt nie, also natürlich nicht, weil es für einen Werbespot ist, wie lange kann das maximal sein? 30 Sekunden oder was? Ja. Also, und es sagt ja im Casting keiner was, wenn du ein Wort nicht erwischst. Ja, ja. Vom Text. Ja. Aber du kennst halt deinen fucking, also, ich war ja auch, damals der Job für Microsoft, da war ich ja auch noch im Recall, da waren wir ja zu dritt nur, in der zweiten Runde. Und da war auch einer der Schauspieler, wo es dann hieß, ja, wir haben ja nochmal den Text für dich. Also, die hatten halt natürlich, du legst ja den Text nochmal aus. Und er hat auch so, sollten wir den Text nochmal lernen? Ich auch so denke, Alter, wenn du für die erste Runde irgendwie einen Text lernen musst und dann gibt es einen Recall, natürlich lernst du den Text, also, was geht in so Leuten vor? Oh, ich habe mir den Text jetzt nicht nochmal angeschaut, was hast du denn gedacht, was diesmal drankommt? Aber das ist so ein bisschen wie mein damaliger Google-Dreh, dass da halt Amset, mein Spielpartner, den ich dann halt auch bei der zweiten oder dritten Recall, das war so viele Recall-Runden, dann wieder gesehen habe und dachte, okay, cool. Und dann meinte der Regisseur, okay, gehen wir jetzt mal durch, einfach nur. Und ich fange halt an. Und er sagt halt irgendwas und ich sage dir meinen Text und mein Regisseur, okay, schon ganz normalen Dialog jetzt. Wir, also, dein Text und er sein. Aber wir haben im letzten Recall haben wir improvisiert. Naja, da haben wir halt einfach mal geguckt, wie man mit euch so ein bisschen in die Grenzen ausloten kann. Ja, sorry, ich habe jetzt schon gedacht, dass es so bleibt. Und die ganze Zeit stand das Treatment und dein Text. Und den hattest du ja beim ersten Mal dabei und dann hast du beim letzten Mal. Als sie gesagt haben, jetzt mal improvisieren. Gedacht, das ist der letzte Stand von der Produktion. Ja. Und dann wurde der Text so weit runtergebrochen, beziehungsweise auf mich übertragen, dass er noch sowas wie ja, nein, warte mal, ich gucke mal nach oder sowas sagen musste. Weil er hat einfach gesagt, ich habe den Text mit mir drauf. Und am Set, und das Krasse ist, die haben alle den Arsch gerettet. Ich habe gedacht, ey, das ist vertraglich geregelt. Wenn du halt einfach deinen Scheiß nicht machst, dann können sie dir ja ans Bein pissen so. Und der hat so ein Schwein gehabt. Und der hat dann halt auch irgendwie gesagt, wir müssen ja jetzt auch ein bisschen schneller machen. Ich habe morgen früh einen Dreh. Und ich habe mir den Text noch nicht angeguckt. Das ist wieder total Stress für die Jungs, dass die immer diese große Tafeln schreiben. Ich bin auch in der Bewegung an, er muss die ganze Zeit rückwärts vor mir laufen. Ich blinzel da immer, wenn er halt blättern soll. Aber es ist halt krass. Also da muss ich auch sagen, ganz viele kommen halt auch mit so einem, also der heute auch, der hat ein unheimliches Selbstbewusstsein. Und die kommen damit durch, dass der Caster merkt, ich habe keinen Bock. So, ich werde da jetzt nichts sagen. Und das hat mich dann irritiert, weil ich ja dahinter stand und habe das erst mal ihn angeschaut. Und er hat gesagt, du machst es so und hat auch ganz klar, hier guckst du auf diesen Bereich und hier auf diesen Bereich und hier auf diesen Bereich. Und er macht halt irgendwas. Und ich denke, scheiße, das habe ich gerade verpasst. Das war ja auch eigentlich total selbsterklärend. Also selbst wenn du es nicht sagst, das ist Pimmelmeier-Kaffee, dann guckst du halt zu dem Sack mit dem Kaffee. Der schmeckt aber komisch, dann guckst du zur Tasse. Genau. Also immer die einzelnen Dinge. Und die hatten ja sogar einen Sack Kaffee und eine Tasse. Ja. Nicht so wie sonst, wo du ein Toastbrot anspielst. Ja, beziehungsweise das ist jetzt dein saftiger Kuchen. Du beißt rein und dann die drei Seiten Text. Ja, ein Toastbrot, in das schon jemand reingebissen hat auf der anderen Seite. Ja, also Toastbrot hat man ja echt oft gehabt. Dass man, also jetzt hatte ich es. Aber wenn essen, dann habe ich gerne mal sowas Trockenes im Mund und dann Text. Oder irgendwann hatte ich. Das kennen Pornostars. Vor kurzem irgendwas mit, da hatte ich das Produkt, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ja. Das Produkt und das Krasse war, es war irgendwas Schokoladiges und das war definitiv, dass du es nachher am Zahn hattest. Sobald du rein hast, hast du es am Zahn. Und dann hieß es von wegen, dass du nur sowas wie, keine Ahnung, so wow, lecker. Und dann solltest du richtig grinsen, Zähne zeigen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe halt gelächelt, also so geschmunzelt. Er zeigt die Zähne, aber ich sage, wenn ich abbeiße und dann lächelt, dann ist das am Zahn. Ja, dann probiere, ja, weißt du, was ich dann mache? Dann fange ich an, meinen Zahn zu lutschen, wie beim normalen, wenn ich das esse. Und dann habe ich einmal vorher das gezeigt, ja, okay, dann beißt weniger ab. Ich sage, wenn ich reinbeiße, dann ist es am Zahn. Egal ob wenig oder viel, es ist am Zahn. Wie heißt, wenn du nicht abbeißt und dir das ganze Produkt einfach ins Gesicht drückst? Ich habe auch schon gedacht, ich kann mir so ein bisschen, dass ich einfach so das rolle. Ja, du wüchst wie eine Schlange, aber du musst es tun wie ein Mensch. Du musst schlucken wie eine Ente. Vater, gib mir Beine. Ja, das war ganz gut. Und dann bin ich diese dumme M10, was ich dir erzählt habe. Ja, ich bin ja, also ich habe ja, weil ich öfter da einfach vorbeigehe in der Warschau, schon gesehen, dass die M10 länger nicht fährt. Aber ich habe die oft gesehen, dass die halt zurückfuhr. Und habe immer gedacht, das ist ein Scheiß, die biegt irgendwo ab. Und heute habe ich halt gesehen, dass drauf stand, Warschau-Straße. Und dann habe ich gesagt, wenn die irgendwie vorher abbiegt, dann muss sie ja stehen, nur bis. Und ich trottel, habe mich reingesetzt. Und natürlich fährt die bis zu einem bestimmten Punkt und biegt dann halt rechts ab. Und dann heißt es von wegen, ja, hier, ab hier aussteigen, Busse, Ersatzverkehr. Dann schreibt es drauf. Schreibt es mir drauf. Die fährt nicht bis zur Warschau. Aber drauf steht, Warschau, bist du die M10. Naja, spannende Geschichte. Aber dann kam halt natürlich so ein Viehtransport, wo man sich reinsetzen konnte. Und geil finde ich auch, wenn die Raucher, die vorher dann noch richtig tief in die Lunge einziehen, dann die Kippe wegschnippen und dann reingehen. Und du denkst, Alter, das bringt nichts. Das ist, nee, du hast das noch in deinem alten, vergilbten Schlauch hängen. Und dann hängt es, äh, und denkst du, oh Gott. Der Leben ist halt einfach so ein kleines Kind, weil er versucht zu schlafen oder zu überleben. Weiß ich nicht. Da gab es kurz mal irgendeine Info, weil ganz hinten eine Frau mit Hund eingestiegen ist. Ja, die Dame, der Hund kommt ja von vorne nach vorne. Dann steht die halt auf, geht einen Schritt, dann fährt der an. Sie fällt fast auf die Fresse, hält sich fest und setzt sich hier hin. Dinkt sie, ja. Was war das? Lustige Nummer. Ja, ich hab auch gedacht so. Alle waren drin, ist super eng. Irgendwie hat die über sieben Spiegel gesehen, da war ein Hund. Sie macht sich echt die Mühe und dachte, das schaffst du niemals nach vorne bis Warschau. Weil wir fahren ja nur 20 Minuten. Und dann fährt der halt los, wenn die halt. Was wollt ihr denn von ihr? Ticket für einen Hund. Ich weiß nicht, ob Hunde plötzlich auch Tickets brauchen im Bus. Wenn sie groß sind, glaube ich, ja. Ja, das war wie eine Wurst auf Bein. Der hat auch nicht die Tickets kontrolliert. Ich weiß auch nicht. Vielleicht war das echt ein Gag so. Oder er hasst Hunde. Keine Ahnung. Hm. Spannende Geschichte. Ne? Warst du auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Oder ist das deine Frage? Ich war sogar schon, ja. Echt? Welcher? Der am Roten Rathaus. Ist der zu empfehlen? Der Roten Rathaus ist doch bei Alex. Das ist doch so ein Touri-Weihnachtsmarkt. Der ist auf der anderen Seite. Der ist der Schlimmere. Der am Roten Rathaus ist ein normaler Weihnachtsmarkt. Was heißt, ist der zu empfehlen? Kein Weihnachtsmarkt ist zu empfehlen. Was willst du von einem Weihnachtsmarkt? In so einer richtig schönen, nostalgischen ... Acht Euro für eine Bratwurst. Ich esse keine Bratwurst. Dann kann jemand 20 kosten. Ja, ich weiß nicht. Das hat Dortmunder bezahlt. 6 Euro für einen Backapfel. Echt? Ja. Dann ist es ja wirklich Touristpreis, oder? Aber das ist doch sonst auch nicht anders. Letztes Jahr war ich mit Dortmunder auf diesem historischen Weihnachtsmarkt. Uh, das klingt gut. Der hier an der Riewaler ist. Ja, hat so mittelalterliche Spiele. Ach so, auf diesem ... Ja, auf dem RRW-Gelände. Das hat so ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. Ja. Aber so einen gibt es in Hannover. Den finde ich mal geil. Ja, da kannst du mal raufgehen. Der ist ganz okay. Aber ich meine, es gibt ja nichts auf dem Weihnachtsmarkt. Also da war es in 14 Hannover so, dass du die Fressbuden halt nicht einfach irgendwie mittelalterlich und dann hier, sondern du hast dann halt auch irgendwie ... Die Speisen waren ganz andere. So, da wurde halt dann irgendwie, keine Ahnung, Ochsenrücken gerupft oder sowas. Vom lebenden Ochsen. Genau. Und du hast dann halt nicht irgendwie ... Weiß nicht, die Verkaufsstände waren dann halt so grobe Lederarbeiten oder so einen Scheiß. Oder irgendwelche Herr der Ringe Ringe. So sieht es da halt auch aus. Aber ich meine, das ist schon ziemlich geil. Das gibt ja ansonsten nichts. Ich finde, das ist alles ... Aber halt, wie gesagt, den ... Nicht wie gesagt, sondern den ... Du hast vorher noch gesagt, den historischen Weihnachtsmarkt? Ja, das ist der. Ach so. Ich glaube, der heißt auch so historischer Weihnachtsmarkt. Weil der war dann so ... Ist der mittelalterlicher? Vielleicht ist der auch mittelalterlicher. Also in Hannover war das so getrennt. Da gab es den mittelalterlichen und den historischen. Der historische war dann halt so ein bisschen gestylt auf, weiß nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts oder so. Ja, ich glaube, es gibt noch eine historische. Obwohl, eine schlückliche Zeit. Der heißt, also der heißt mittelalterlicher Weihnachtsmarkt und der Rewala. Und wie du gesagt hast, das ist ja quasi direkt neben unserem Studio. Also da kann man sich schon mal hinverirren. Das ist auch direkt an der Brücke. Okay. So ziemlich. Also ich war sonst immer nur auf der ... Wie heißt der in Prenzelwerk der Bekannter auf dem Gelände? Wie heißt das? Kulturbrauerei. Genau, ja. Ja, der ... Also eventuell schaffst du es dann mal irgendwie so ein ... Also da hast du es dann vielleicht mal einen guten Glühwein, aber du hast einen guten Glühwein halt auch für 12,50 in der Tasse. Ja, das ist halt alles ... Ich meine, ich fände das alles nicht so ... Ich weiß noch nicht, was erwartest du denn von einem Weihnachtsmarkt? Nee, ich meine, ich bin ... Also ja, den schönsten bis jetzt war echt immer diese mittelalterlichen Dinger. Die fand ich halt geil. Weil richtig cool ist, dass die Leute, die da verkaufen, nicht aus irgendeiner Kette sind oder Studenten sind und jetzt so einen Lederlappen über den Rücken kriegen, sondern die sind auf tausend Cons und tragen immer den Scheiß. Und dann kommen sie an von wegen, fremder Jüngling hier, trink aus meiner Bohle oder so ein Scheiß. Und dann denkst du, das ist voll ... Guck mit, dass der da halt da voll abgeht. Das will ich sehen, dass dich noch einer Jüngling nimmt. Im Dunkeln, aus der Ferne, halben Liter Mäd ... Im Bad. Im Bad. Ja, nee, aber dann geh auf den. Meistens, das will dich noch einer. Was sehe ich denn da? Hast du da so eine eklige Plastik-Weihnachtskugel? Ja. Deko für ein Foto. Ich hoffe, die hast du im Po auf dem Foto. Als lange Kette. Deswegen auch aus Plastik. Dann gibt es so Röntgenfotos. Dortmund besteht darauf, dass sie aufgehängt werden. Und zwar, da ich mich gegen einen Weihnachtsbogen stelle, kommen die an die Monstera. Okay, ja. Finde ich Kompromiss. Aber wie wäre es dann mit so, wie so ein Apfel oder eine Nuss? Wie wäre es mit Fresse halten? Naja, ich meine, so etwas, was man anfassen kann, wo man nicht gleich rote Flecken an der Haut kriegt. Ein Apfel oder eine Nuss? Na, so eine klassische Sache. Und nicht so eine Plastik-Industrie-Scheiße. Die waren ja auch Deko-Fände. Wie dem auch sein mag. Lieber hier am Baum als in den Meeren, sage ich immer. Ist das da hinten eine gerollte, schwarz-weiß-rote Fahne? Oder was ist das da? Das? Das große Rot-Weiße da in der Ecke gerollt. Rot-Weiße in der Ecke? Ah, das ist Geschenkpapier. Und das drunter, das steckt halb in einem Poster. Alte Waffen-SS-Geschenk-Gerollen. Ja, was schenkst du denn deinen Urgroßvätern? Letztens hier beim Abelio-Dreh war irgendwie Kinder mit Spielzeug. Und dann war halt so ein komisches Holzverknotungs-Ding. Also wie so ein komischer Zauberwürfel. Und das war wie so ein, sah aus wie so ein indischer Stammes-Gedöns. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ohne Scheiß, auf der Stirn von dieser Holzfigur, so klein wie mein Fingernagel. Schön mal ein harten Kreuz. Das ist ja das Glückssymbol. Ja, ja, ja. Das Sonnenrad. Ich habe trotzdem gedacht, oh, schwierig, schwierig bei Kinderspielzeug. In Ostdeutschland. Ja, hast du dann gleich so das Gefühl. Naja, wir sind fast 20 Minuten drin. Wollen wir langsam zur Frage kommen. Achso, er ist gar nicht Weihnachtsmarkt. Ich dachte, er ist schon mal so ein Thema. Ja, aber es ist weihnachtlich. Es ist eine weihnachtliche Frage. Ich, wir haben schon auch über Teile davon geredet. Also wenn es jetzt um Geschenke oder kurzfristige Geschenke hat, mal Folge 7,80 irgendwie glaube ich. In dieser Folge haben wir schon über Teile davon geredet. Nämlich, ich dachte, nur die Eichel, ich dachte, wie, ja, wir sind jetzt, wie in deinem Lieblingsweihnachtsfilm? Scrooge. Scrooge, genau. Scrooge. Wie die Geister, die ich rief, sind wir die drei Geister der Weihnacht und bekehren den schlimmsten Mann der Republik, Friedrich Merz. Meins ist der Schlimmste? Das ist ja ein hartes, also das Ranking. Der Ebeneezer Scrooge-hafteste. Okay. Obwohl Lucke ist da auch ganz schön. Aber sind das alles so wirtschaftlich, also sind das alles Leute, die halt so einfach nur so gnadenlose Männer sind? Achso, weil Scrooge ja auch so ein Knauser. Genau, Scrooge ist ja auch kein Nazi, sondern Scrooge ist halt jemand, der sagt, die Leute müssen arbeiten gehen. Sollen sie doch ins Armehaus, wenn es im Armehaus keine Plätze gibt, dann können sie ins Gefängnis. Das teilt nicht zwischen Schwarz und Weiß, sondern zwischen Arm und Reich. Ja. Ja. Ja, und wir spielen die drei Geister der Weihnacht. Wollen wir gerade sagen, die drei? Charles Dickens. Ja, nee, ja, ich meine. Also einer von uns hat, es gab doch auch die Bilder, oder? Dass der Geist der vergangenen Weihnacht ist doch der, der mir am ähnlichsten kommt, oder? Der bärtige Typ. Nee, das ist der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Ach, Ficken. Der mit dem Füllhorn, der Geist der vergangenen Weihnacht. Ja, nenn es Füllhorn, Lord. Das ist voll mit Obst. Aua, aua, aua. Eine Banane. Aua, 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 aua. Der Geist der vergangenen Weihnacht ist so eine liebliche Elfe quasi, ein weibliches Fädenwesen. Das ist ja in Scrooge der Weihnachts- der Zukunft. Hallo, Herr. Ja, genau, das ist eigentlich anders. Ich verdrehe es auch mal, weil ich auch eher an Scrooge denke. Aber Zukunft ist doch eigentlich der Tod, oder? Genau, und Zukunft ist der Tod. Hat diese unheimliche, ungreifbare Gestalt im schwarzen Mantel und er zieht den Mantel zur Seite und es ist nichts da. Ja, mit Scrooge sind das irgendwie diese komische Gnome oder sonst was, die immer da drinnen hängen und eigentlich gar nicht so gruselig aussieht. So, aber wir können ja anfangen mit dem Anfang der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Er bekommt Besuch von einem alten Kollegen, der schon verstorben ist, der eingewickelt ist in eine Kette, die er sich selbst zu Lebzeiten geschmiedet hat. Das fängt sofort an mit dem Ding? Mir fällt gerade der Name nicht mehr an. Nee, es fängt an. Wird er nicht mehr etabliert, die Figur? Ja, genau, damit fängt es an. Aber Friedrich Merz hat sich ja als Figur nun wirklich schon genug etabliert. Was war nochmal die Frage? Ich habe schon vergessen. Wie wir ihn bekehren zu Weihnachten, als die drei Geister, ja, wir können ihn auch einfach ermorden. Da bin ich auch nicht, wir hängen ihn an einem schweren Stück Kohle ins Wasser. Naja, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß ja nicht, ob ich das will. Wegen Leuten wie dir leben Leute wie Friedrich Merz noch. Wir haben Hitler leben lassen. Du bist mit dran schuld, wenn Merz Kanzler wird und so in zwei Jahren. Ja, naja, wie auch immer. Also, der Fotzenfritz bekommt Besuch von einem alten verstorbenen Kollegen. Marley. Marley heißt der Weihnachtsgeschäft. Jetzt fällt auch der Name wieder ein. Ist das nicht, ach, ich habe, glaube ich, ich kräusle durcheinander. Ist das bei der Muppets-Version, ist das Kermit oder ist Kermit sein Angestellter und Marley ist irgendwie. Ich glaube, Kermit ist der Angestellter. Michael Caine spielt Ebenezer Scrooge. Caine. All right. Oh, Michael Caine. Ja, wen hätten wir denn da an verstorbenen CDU- und FDP-Garanten? Also, halt so richtig neoliberale Schwachmaten. Mir fällt sofort Guido Westerwelle ein. Helmut Kohl. Aber du hast doch gesagt CDU. Ja, aber ich, also, Kohl erscheint, ist ja eher so der Untätige und, glaube ich, eher der Geist der Angela Merkel erscheinen würde. Und dann wurde er durch ganz Europa geschleppt. Das war mehr Bewegung, als er je zu Lebzeiten gesehen hat. Und ja, auch ganz perverses Verhältnis zu seinem Sohn oder Söhn. Also, ein Sohn ist ja irgendwie immer... Zu seiner Frau doch auch irgendwie. Das war doch auch alles so... Ja, die hat ja dann irgendwie auch diese perverse Lichtallergie da gehabt. Ja. Und er ist doch irgendwie durchgebrannt oder hat auch später... Ja, mit irgendeiner Sekretärin oder so ganz typisch. Das kennt man jetzt ja auch nur von Ex-SPD-Kanzlern, oder? Der mit seiner Übersetzerin. Und was war das auf dem Foto? Also, der ist ja auch... Wann hat der denn vor zehn Jahren oder was? Oder zwanzig Jahren? Also, da fällt nichts zu einem, was dem geworden ist, ey. Nee, also wirklich nicht. Der ist wie ein Bond-Schurke inzwischen. Letztens wurde er ganz gut verglichen, bei heute Show von Welke, den alten und aktuellen Schröder, wie es komplett konträr geht, komplett widersprüchlich. Also, irgendwann hat er so in der Entwicklung schon mal gesagt, ja, von wegen das, was ich früher propagiert habe, würde ich jetzt komplett verneinen. Ja. Das war dann schon in der Entwicklung so ein bisschen, aber jetzt ist er quasi das Hassbild. Ich finde es schön, wie du auch deine Stimme noch annimmst dabei, oder? Das war natürlich in der Entwicklung. Was? Habe ich echt? Ja, ja, du wurdest plötzlich so ein bisschen grummelig. Das darf man doch mal sagen. Ja. Ja, und jetzt ist es eigentlich ein Hassbild, ein Feindbild des jungen Schröders, ist der aktuelle. Ja. Wahnsinn. Also, diese klassische Furcht zu werden wie der eigene Vater und das Ergebnis ist, dass man halt das Monster des eigenen Vaters wird oder so. Ja. So, und ich meine, ich kenne die Geschichten nicht, aber ihr könnt mir vorstellen, dass da echt klassische Parallelen laufen. Du stirbst als Held oder du lebst lang genug, um zu sehen, wie du der Schurke wirst, um mal The Dark Knight zu zitieren. Also, aber auch nicht schlecht, ganz schön philosophisch. Auch da. Der Nolan, der kann was. Ja, aber du wolltest jetzt einen toten CDUler beziehungsweise irgendeinen Bonzen. Also, es könnte Helmut Kohl sein, fällt dir denn sonst noch jemand ein? Ad hoc. Wie gesagt, Westerwelle fällt mir halt noch ein, der ist halt noch so ein bisschen neoliberaler, was so die Wirtschaftspolitik angeht. Irgendwer ist doch selber zum Flugblatt aufgeklatscht hier. Ah, Möllemann. Aber der war ja auch ein ganz schöner Nazi. Also, da. Gut, ist ja heute salonfähig. Da musst du ja nicht mehr aus dem Flugzeug springen. Außer aus der guten alten Messerschmitt BF 109G. Ratatatatat, motherfucker. Gott, das ist einfach so. Ich musste mal kurz gucken, ob ich mir mit kaltes Wasser den Klaus' Gesicht schütte, dass der dich mal komplett durchlötet hier. Alter, Herr Finne. Ich glaube, wenn Möllemann noch da wäre, wäre halt aber so eine FDP-AfD-Koalition immer ganz… Ja, also komm, mit März ist das doch auch nur eine Frage der Zeit. Irgendein CDU-Abgeordneter oder CDU-Mitglied meinte auch in der Interview-Show neulich, ja, vielleicht wird März auch einfach mit Stimmen der AfD zum Kanzler einer Minderheitenregierung gewählt aus CDU und FDP. Ja, koaliert doch einfach gleich mit der AfD. Das hört doch mal auf mit diesem ganzen, nee, playing hard to get. Aber die AfD, auch wenn das irgendwas vielleicht für die bringen will, die darf das nicht, weil die muss ja immer der Underdog bleiben. Der muss ja immer… Ja, aber die Leute sind so dumm, die sind genau wie bei der Trump-Regierung. Selbst Trump ist Präsident und verkauft sich ganz als armer Verlierer, als Opfer der Verhältnisse. Ja, also was willst du da machen? Wenn die Leute das glauben wollen, dann glauben sie es. Na gut, aber ich sage, also Helmut Kuhl, da können wir uns zu zweit in gut in den Kostümen quetschen. Ja, dann können wir noch Philipp mitnehmen. Ja. Philipp und ich gehen als Beine und du als Oberkörper. Und dann stopfen wir das mit Bettlaken auf. Ja, das stimmt. Und dann haben wir noch so eine schöne Brille auf. Ja. Und der sagt ihm ja nur, was passiert. Genau. Er sagt nur von wegen, dass er schlecht ist, so wie er jetzt will, beziehungsweise er ist auf dem Weg zu werden wie er selbst, wie Marley. Genau, Marley tut Buße für seine Missetaten. Er sagt ja dieses, er trägt die Kette, so eine schwere Kette um den Hals. Mit den Kettengliedern hat er sich selbst zu Lebzeiten geschmiedet. Ja, bei Scrooge ist es ja, dass der TV-Boss ankommt. Und der ist komplett verrottet und sagt, dass er auf dem besten Weg ist. Und dann schießt er ja auf ihn und dann trinkt er erst mal den Bacardi und es läuft aus allen Löchern. Und aus dem Hinterkopf fällt ein Ball und eine Mauskrabbel raus. Ein Golfball, ja. Ja, ich habe den letztens gesehen. Wahrscheinlich Mörderanspielungen auf zeitgenössisches Fernsehen. der Golfball und die Maus. Ja, okay. Wahrscheinlich, die heute keiner mehr versteht, die Referenzen. Ja, den Golfball habe ich halt gedacht, dass der halt irgendwie entweder, genau, da oder auf dem Golfplatz diese klassischen gruseligen Bilder so geschaffen hat. Ja, weil er ja auch dann, genau, erstmal muss er ernst genommen werden. Also er reagiert auf ihn. Ich weiß nicht, wie das bei Scrooge nochmal war. Nein, die glauben ihm alle nicht. Auch Ebenezer Scrooge glaubt ihm nicht. Er hält es für den Albtraum. Kennst du die Ghostbusters-Version? The Real Ghostbusters? Da haben sie aus Versehen die drei Weihnachtsgeister eingefangen. Ja, und müssen dann die Rollen überlegen. Wir haben das sogar schon mal diskutiert, ja. Ach so, okay. Und da ist es nämlich auch so, dass der Scrooge dann anfängt von wegen, ah, du bist keine Erscheinung, ich habe, glaube ich, Falsches gegessen. Genau, das ist auch im Weihnachtsmärchen, äh, in der Weihnachtsgeschichte so. Ich glaube, ich kenne... Heißt das überhaupt die Weihnachtsgeschichte auf Deutsch? A Christmas Carol. Das ist, glaube ich, die Weihnachtsgeschichte einfach. Ich würde mal behaupten, dass ich das echt nicht... Ich meine, die Weihnachtsgeschichte ist doch in Deutschland klassisch irgendwie, dass man immer an die, äh, die Jesus-Geschichte denkt, oder nicht? Oder heißt das nicht? Ich weiß, ich weiß, aber wir wissen beide, wovon wir reden. Charles Dickens' A Christmas Carol. Ähm, das ist auch... Ich habe es letztes Jahr im Theater gesehen. In der Inszenierung. Genau, mit Stephen Toast. Ähm, Stephen Toast und, äh, Ray Purchase. Can you hear me? Ray fucking Purchase. Yes, I can hear you, Clem Fandango. Ähm, und er glaubt ihm, also er beschwichtigt ihn, während er da ist. Aber kaum ist Mali, Schrägstrich, Geister Helmut Kohl wieder zur Tür raus. Hm, sagt er Quatsch. Ja. Das Blitzel. Ja. Und wach weiter. Humbug. Ja. Und, ähm, denkt halt, das ist ein Albtraum. Wo würden wir März denn erwischen? Also als Geist hätten wir wahrscheinlich die Möglichkeit... Also, äh, ja, wo wohnt der? Der würde irgendwo in Berlin wohnen. Also, äh, ich setze mich mal ganz kurz auf die Terror-Watchlist und gucke mal, wo Friedrich März wohnt. Ja, ähm, naja, ich denke mal halt irgendwo, äh, ähm... Also Merkel wohnt auch ganz, äh, ganz lässig irgendwo in einem Altbau hier. Merkel hat doch, äh, äh, im Nachbarort von Hubi bauen lassen. Ja, das mag sein, dass sie... Wille in Tegernsee. Tegernsee. Ist seine zweite Heimat, äh, äh, nee, zweite Heimat, ich glaube, irgendwo, wo der... Ich glaube... Das Tegernsee ist ein negros Bier. Ist das nicht Südort irgendwo in Bayern? Ja, 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 klar. Ähm, ich glaube, er wohnt irgendwo in Berlin, also... Naja, ich hätte ja wahrscheinlich... Ein Besuch in Arnsberg im Sauerland, oder er wohnt noch im Sauerland, wo der herkommt. Das kann auch sein. Er ist ja auch nur Abgeordneter in dem Sinne, dass der halt wahrscheinlich irgendwie hier sein... Er ist nicht Abgeordneter. Der ist nur Pimmel. Der hat kein Mandat im Bundestag. Echt nicht? Nee. Okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, der war... Der war auch... Der hat sich aus der CDU zurückgezogen. Also ich würde mich sehr überraschen, nochmal ganz kurz. Er ist deutscher Rechtsanwalt, Lobbyist und Politiker der CDU, blablabla. Ich gucke mal jetzt kurz auf Wikipedia, aber ich glaube, der hat, nachdem er da von Merkel geschasst wurde, sich zurückgezogen. Und, ähm, blablabla. Bis 1994 gehörte er bis 2009 im Deutschen Bundestag... Waschbär! ...Bundestag? Ja, ich weiß. Bis 2009 gehörte er dem Bundestag an. Und dann hat er sich jetzt einfach als... Aber er ist ja noch Mitglied, Parteimitglied und hat... Ja. Jedes Mitglied kann sich aufstellen lassen. Nee, noch hat er sich ja nicht aufgestellt, aber das sieht ja... Ja, naja, pro forma. Es gibt eine schöne Anekdote, was wir auch erwähnen können, weil das wissen nicht so viele über Friedrich Merz, auch wenn das mal in der Zeitung war. Wir müssen ein altes Buch von Friedrich Merz besorgen. Ein Friedrich Merz hat mal seinen Laptop liegen lassen. Irgendwo. Sagen wir im Artemis. Im Zwanglos 3. Er hat seinen Laptop liegen lassen. Anwälte schreiben schon mal. Den ganzen Informationen, die so ein Bundestagsabgeordneter auf seinem Laptop hat. Unter anderem halt die Telefonnummer des damaligen Kanzlers Schröder etc. pp. Aber die Dinger sind doch gesichert, oder nicht? Ich glaube, das war halt damals nicht der Fall. Das war halt nicht der Fall. Das war halt sein privater Laptop. Ja, aber da ist halt auch nichts mit einem Codewort, so mit, keine Ahnung... Den hat jemand, ein Obdachloser hat den gefunden. Was für ein... Basis für eine Hollywood-Geschichte. Ja, hat ihn gefunden und hat das einfach so zurückgegeben und hat auch einfach im Obdachlosen-Wohnheim als Wohnsitz dann angegeben. Und Friedrich Merz in seiner grenzenlosen Güte, was hat er ihm gegeben, dem Obdachlosen dafür? Fünf Euro. Eine Kopie seines Buches. Oh, Alter, Alter, was für ein Schlag ins Gesicht. Der meinte im Interview heute auch, ich meine, er hätte halt irgendwas damit erpressen können, er hätte irgendwas dafür bekommen können. Oder er hätte es halt der Presse geben oder irgendwas damit machen können. Und er meinte, er war halt einfach so gut und hat es zurückgegeben. Und Friedrich Merz hat ja gesehen, dass es halt irgendwie an ein Armenhaus geht. Also, dass das die Adresse ist. Und gibt ihm halt nicht irgendwie zu sagen, so, weißt du was? Hier, Finderlohner, wir stecken dich in ein Sozialprogramm, ich gebe dir 1000 Euro dafür. Irgendwas, dann gibt ihm eine Kopie seines Buches. Also, wir können schön mit... Aber das ist die Basis schon vor so einem Film. Wenn du das lesen würdest, würden du sagen, oh komm, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen viel. Also, das ist selbst für Ebenezer Scrooge ein bisschen hart. Weil der malt den ja gleich als Teufel so. Aber alleine, der hätte ja nicht mehr Geld in der Hand nehmen müssen. Der hätte ja damals wahrscheinlich schon Kontakte und Möglichkeiten gehabt zu haben, von wegen, wenn du willst. Ich kann dich wieder auf beruflichen Fuß bringen oder sowas. Guckst dir an, wenn sich dein Ding ist okay. Und was für eine Publicity-Aktion das halt auch gewesen wäre. Ja, genau, also auch so einen Nutzen draus ziehen, wenn er so ein Wichser sein möchte. Genau wie Scrooge, herzlos und geizig sein. Alter, krass. Das ist ja richtig eklig. Ja. Das ist dann ja richtig so wie Sonneborn irgendwie Hitler-Zwinker-Smiley-Geschichten. Irgendwo denkst du, wow. Also, mit dem Buch unterm Arm können wir ankommen und ein bisschen aus seiner Vergangenheit erzählen und sagen, Fotzenfritz. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir wecken ihn in seinem Bett, indem man immer leicht mit seinem Buchrücken in das Gesicht schlägt. Hey. Hey. Aber der hat bestimmt diverse Knöpfe, die er dann drückt, dass dann halt irgendwie so ein kasachischer Sicherheitstrupp dann mit einer Säge und einer Spritze da auftaucht. Ah. Ah. Dreht vorher die Sicherung raus. Nee, wir sind Geister. Da können sie ja ruhig sägen und spritzen. Das ist ja genau das, was alle erstmal machen müssen. Versuchen, uns halt umzubringen. Und dann, okay, ihr könnt gehen oder wahrscheinlich würden die gar nicht sehen. Ja, und dann sagen wir, drei Geister, Fotzenfritz, werden dich heute Nacht heim suchen. Sagen wir nicht erstmal, dass er schlecht ist und erzählen vielleicht die Geschichte. Ja, ja. Als Beispiel seiner ganz traurigen Laufbahn, seiner verdörrten Seele, dass man irgendwie sagt, Alter, Fritz, du hattest mal einen Moment, so mit drei und dann verkackt. Dann ging es steil bergab. Was meinst du, was da schief gegangen ist? Meinst du, der kommt ja aus dem reichen Elternhaus. Ja, sein Vater war Verwaltungsjurist. Meinst du, das war so ein Klischee von wegen, der Sohn hat alles, außer Liebe? Also so von wegen hier, harte Chor-Erzögelung, bla bla bla, aber... Das glaube ich, das glaube ich gar nicht. Ich meine, das weiß man nicht. Ich glaube aber, der Fehler... Das weiß man nicht, klingt so wie Pharaon-Geschichte vor x-tausend Jahren. Du weißt, du weißt das ja einfach nicht. Also das ist, glaube ich, nicht einfach so... Sein Familienleben ist nicht so offen wie das von Donald Trump zum Beispiel. Tutankhamun ist nur 19 geworden. So eine ganz traurige Geschichte. Wenn die Eltern Geschwister sind. Der wurde gezwungen, mit, glaube ich, einen oder mehreren Geschwistern zu poppen, damit das halt in der Linie bleibt. Die Herrscher zu der Zeit waren ja auch weiß in Ägypten, weil das Griechen waren, aus Alexander, irgendein General von Alexander war da der Stammvater. Genau, die sich geweigert haben, Ägyptisch zu lernen. Die ganze Familie hat heute nur Altgriechisch gesprochen und keiner hat verstanden, was die Leute im Volk sagen. Naja, ähm... Und, also das ist das... Ja, also ich kann es jetzt nicht sagen, es ist halt nicht so offen wie die ganzen Anekdoten zu Trumps Vater. Ich glaube aber halt, der Kardinalsfehler ist, dass Friedrich Merz einfach jemand war, der in der Schule nie gut war. Es gibt, also diese Geschichten jetzt in Mathe zum Beispiel, ist ja durchgefallen. Er war halt einfach ein sehr mittelmäßiger Typ, der halt einfach getragen vom Vermögen seiner Eltern durchs Leben gekommen ist. Aber er wirkt halt... Wie Westerwelle oder Lindner. Aber er wirkt nicht so narzisstisch wie Trump zum Beispiel. Ja, das stimmt. Also der hat irgendwo gelernt, die Fresse zu halten. Also er wirkt ja smart. Das ist ja halt... Ja, das ist ja der... Das glauben die Leute, ja. Das ist genau... Aber der ist so ein erfolgreicher Geschäftsmann. Der hat den Staat um Millionen erleichtert mit seinen Cum-Ex-Geschäften. Ja gut, aber... Woran er natürlich offiziell nicht beteiligt war. Er wechselte nur zu einer Firma, kurz bevor die mit den Cum-Ex-Geschäften angefangen haben. Kurz davor war er Steuerexperte der CDU. Und die Firma bereichert sich da in Millionen oder Milliarden höher sogar. Und es gibt fünf Beamte oder gab fünf Beamte, die da in dem ganzen Fall ermittelt haben und keiner landete deswegen im Gefängnis. Glückwunsch. Also ein bisschen das Maschmeyer-Prinzip. Ja genau, der war ja auch... Also es gibt ja diesen ganzen Kreis von Leuten, die daran beteiligt waren. Da hat er nur seinen Schnäuzer abgenommen und keiner erkennt ihn mehr. Was für ein... Ja. Naja. So, wir konfrontieren ihn also mit seinen Missetab. Ja. Ja, aber mit wie vielen? Ja, wir haben nicht den ganzen Abend Zeit, weil wir sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es zeitlich ist, aber ich glaube, der Geist gibt Scrooge so ein oder zwei Stunden, bevor die nächsten Geister kommen. Das ist so ein 24-Stunden-Dring. Das ist nicht mal 24, es ist die Nacht. Okay, ach so. Ich glaube, Schlag zwölf kommt Marley und dann so gegen eins und zwei der erste Geist. Okay. Und dann geht es im Sturmtakt weiter. Genau, und er wacht am Morgen des ersten Weihnachtstages auf und sagt, hey du junger Fratz, wann, was ist denn heute? Welcher Tag ist heute? Why it's Christmas Day, Sir? Und der hat auch total Schiss, weil er weiß, das ist der böse alte Scrooge. Ja, und er gibt ihm dann Geld, um eine Gans zu kaufen. Und, ähm, ja. Geläutert. Also ich glaube, ich glaube, das kriegen wir nicht hin in einer Nacht mit Friedrich Merz. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen, du musst Guantanamo irgendwie im Keller durchziehen, dass der dann auch kurz… Mir reicht schon ein guter Tweet. Wir müssen mit dem Material arbeiten, was wir haben. Wir haben einfach niemanden, der so menschlich ist wie Ebenezer Scrooge. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass wir ihn nicht mit dem Buch schlagen, sondern dass wir halt irgendwie ein Tuch über sein Gesicht spannen und dann Wasser drüber laufen lassen, um ihn dann versuchen zu wecken. Ja, aber ihn umzubringen ist eine zu harte Maßnahme. Naja, er wacht ja auf. Also wir legen ihm ein Tuch aufs Gesicht und pinkeln drauf. Oh. Oh, dann ist es auch nicht so erschrocken kalt. Er erschreckend kalt. Ja, das ist gut, das ist gut. Dann konfrontieren wir ihn mit einer Auswahl an Missetaten. Genau. Weißt du noch, damals, sehr schön wäre auch, wenn wir in der Gestalt, obwohl der Obdachlose ist, einfach zu gut. Ja, den hat Merz ja auch nie gesehen. Natürlich nicht. Ich glaube, Merz weiß gar nicht, wie ein Obdachloser aussieht. Er denkt so, uch, jemand, der nur eine Million auf dem Konto hat. Ja, wahrscheinlich. So jemand, der Socken halt öfter trägt. So ein Mensch. Ekelhaft. Ja. Ja. Und so. Okay. Dann sind wir der Geist der vergangenen Weihnachten. Also wir sind immer zusammengegegangen. Ja, oder wir organisieren halt Leute, aber ... Nö, finde ich ja gut. Also ich meine, wir ... Sind wir denn auch Geister-Geister oder ... Oder sind wir halt so wie die Ghostbusters, die dann versuchen mit Seilen und so ... So würde ich das sagen. Weil dann ist ja die Gefahr, dass man halt tatsächlich von anderen gesehen wird. Er holt die Polizei, Geschichte, bla, bla, bla. Also da ist ja, da wäre dann in der Kurze der Zeit, dass man sagt, hier tatsächlich stille Aktion, Nadel rein, den irgendwie raus und mobsen aus dem Lieferwagen weg. Aber auch, ich denke mal, sein Haus, der ist gesichert ein bisschen wie Fort Knox. Also da brauchst du ja erstmal so einen Hacker, dass du da reinkommst. Ich glaube, dass er gar nicht viele Leute hat, der hat sehr viel Elektronik, glaube ich. Ja, das kriegen wir aber hin. Also wie gesagt, drehen ein bisschen an Sicherung raus, spielen ein bisschen mit den Lichtern, machen ja so eine ... Ja, jetzt mach dein LED-Blinklicht an. Oh Gott. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Ja, oder du bist der Tuning-Vorsitzende vom 96er-VW-Club in Sahn-Hagen. Alles hört drei Millimeter raus hier. Mehr Bass. Ich will, dass sich der Wagen allein vom Bass bewegt. Eure Augäpfel sollten in der Augenhöhle tanzen. So. Also Geist der vergangenen Weihnachten. Sieht ein bisschen ausschließlich wie ein Kühlergrill, das Ganze. Ist geil, ne? Ist geil, ne? Ist geil. Kannst du vielleicht Silhouette von so einem alten Truck aufmalen auf die Wand? Nee, aber ich kann hier ... Du hast auch so ein LED-Ding. Ja, ich hab das mal. Ich liebe halt so ... Richtig schlimm ist der Strobo-Effekt. Ist auch keine Röhre. Röhre, genau, das ist ... Ist das nicht ... Weil den Strobo-Effekt kannst du ja auch heller machen. Es ist ... Ja, ja. Und dann hatte ich den nur mal weiß und so schnell wie es geht im Dunkeln und musste ihn ausmachen, aber ich dachte, ich brech mich ein. Ich finde es generell, ja. Ich weiß nicht, warum wir immer so ein Strobo-Ding haben. Oh, gut. Wenn wir hier mal eine Party machen. Wer es mag. Naja. So, also, wir haben eine Stunde, um uns umzuziehen. Wie ist denn jetzt der Stand? Ist er jetzt bewusstlos mit Pippi im Mund irgendwo gefesselt oder haben wir ihn mit einer Nadel versehen und im Keller gelegt? Er ist auf dem Bett vollgepinkelt. Und wir haben ihm jetzt vorgewarnt, dass drei Geister ihn heimsuchen werden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er denkt, das ist halt einfach eine perverse Freakshow und es sind keine Geister, weil er ja mit Pisse angeknotet in seinem Bett liegt. So wie Scrooge das ja auch gedacht hat. Sonst wie wir was von Coalmein in ... Ja. Ja, aber das ist ja die Sache. Scrooge war ja auch genau der Ansicht. Was sind so die härtesten Ansichten von Merz? Politisch. Hast du halt einfach ... So Arm-Reich-Schere groß, sozusagen wegen der Arme verdienen wir zu? Ja, wer arm ist, ist selbst dran schuld. Du bist ein Trottel, weil du nicht jeden Monat 50 Euro in Aktien steckst. Und jeder hat immer in jedem Monat 50 Euro. Sie sollten aber Ries dann bei 1030 Euro im Monat. Ja, aber das ist halt auf 11 gedreht. Das sind halt die Ansichten von Friedrich Merz. Wer arm ist, ist einfach selbst dran schuld, weil die armen Leute ihr Geld nicht richtig investieren. Und es gibt Friedrich Merz, für den ist es unvorstellbar, wenn jemand ab Ende des Monats nicht ein paar hundert Euro übrig hat. Das geht nicht. Ja. Beziehungsweise die, die gehören halt einfach nicht hier zu Deutschland wahrscheinlich. Ja, genau wie dieser hier, weiß der Paul Ziumack oder wer heißt, der Vorsitzende der Jungen Union, der auch mal die Grundrente ist. Also wenn es nach mir geht, sollte es die gar nicht geben. Das ist ja jeder für sich selbst verantwortlich in einer informierten Demokratie. Kann ja nicht sein, dass Leute ... Das ist unmöglich. Hier sollen die Leute doch das Geld anlegen, was sie haben. Also es sind einfach Leute, die verstehen, du kriegst in deren Kopf nicht rein, dass Leute am Ende des Monats nicht ein paar hundert Euro übrig haben. Das ist für die ... Das ist diese seltsame Diskrepanz, die halt konservativer und neoliberal läuft haben. Auf der einen Seite glauben sie halt für den Hartz-IV-Empfänger, für den Studenten, für eine Pflegekraft sind 800 Euro im Monat völlig ausreichend. Ja, ich hatte gerade einen Wackler am Kabel. Habe ich noch? Ich mache mal ganz kurz Pause. Da ging ja mal ein bisschen Land mit. Habt ihr Schatz. So Leute, die auf der einen Seite glauben, so 900 Euro im Monat müssen ja völlig ausreichen, die aber selber nicht verstehen, wie jemand unter 6.000 im Monat leben kann. Also Friedrich Merz meinte ja auch in einem berühmten Interview, der halt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Millionen oder so hat oder was ist ein Jahreseinkommen von ein paar hunderttausend, meinte, er selbst gehört zur Mittelschicht. Also es ist halt... Gut, die Mittelschicht, muss man auch sagen, ist ja auch pervers definiert. Ja genau, aber ich meine, selbst mit der perversen Definition gehört er nicht dazu. Und heute gab es bei der Heute-Show so ein Meme, was ich gepostet habe, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo es hieß, die SPD will eine Vermögenssteuer ab zwei Millionen. Und Friedrich Merz dann mit den Worten, schon wieder ein Angriff auf die Mittelschicht. Also das ist halt einfach nicht weit von dem entfernt, was er tatsächlich denkt. Naja, aber es ist ja auch eher, glaube ich, marktfähiger und viel besser, um PR zu machen, wenn du dich die ganze Zeit als Mann des Volkes in Anführungszeichen stellst und dann sagst, ich komme aus der Mitte, obwohl du ganz genau weißt, dass du halt Oberschicht bist. Ich bin mir bei dem halt echt nicht so sicher, ob der das weiß. Aber ich glaube, der glaubt halt einfach so, Leute wie wir, die zur Miete wohnen, sind ekelhaft. Ja. Und die sich das dann noch einigermaßen preisten können. Und warum kaufen wir keine Wohnungen? Ja. Warum investieren wir nicht jeden Monat 200 Euro in Aktien? Warum, Dirk? Warum? Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie es geht so richtig, aber ja. Warum, Dirk? Warum? Ja, du hast doch jeden Monat 800 Euro übrig zur freien Verfügung. Investier doch mal mit. Jeder Deutsche. Ja, selbst die ärmsten Leute, selbst ein Hartz-IV-Empfänger hat 50 Euro im Monat für Aktien übrig. Also ich verstehe das nicht. Naja, und das ist halt einfach die Sache. Das sind so seine krassesten Ansichten. So, wir sind auch schon 45 Minuten drin. Und wir sind gerade beim ersten, wir sind auch nicht mal beim ersten Geist. Ja, deswegen hier, fünf Minuten pro Geist. Also erst der Geist der vergangenen Weihnacht. Ja, weil ich irgendwie dachte natürlich, ihn mit seinen eigenen perversen Ansichten zu schlagen, dass er halt die andere Seite sieht, sehen muss, so. Da war es ja halt dann in der Vergangenheit, in seiner Vergangenheit, aber ich weiß nicht, ob man dann einfach nur einen Jungen sieht, der halt einfach in so einer krass perversen Welt groß wird, wo halt einfach alles da ist, außer klischeehafterweise vielleicht wenig Liebe oder so was. Einen Junge, dem auch schon die Haare vorne ausfallen. Wahrscheinlich. Und der wahrscheinlich dann immer so gedacht hat, durch das Vorleben, dass je mehr Geld ich habe, desto mehr Liebe, Anerkennung bekomme ich von meinem Vater oder so. Das ist vielleicht, dass wir in dieser nachgestellten Familienszene, die wir ihm auf DVD zeigen oder wie auch immer. VHS. VHS. Überspielen wir den Wedding Planner, wenn es geht. Ja, zeigen wir einfach ein Zitat, wo sein Vater ihm sagt, nur wenn du Geld heranwirtschaftest, bist du meiner Liebe wert. Ja, Wert. Das ist ja, steht es ja schon. Wert, Wert, Wertschöpfung. Ja. Die Liebe, ich kann dir heute keine Liebe geben, Fotz und Fritz, weil ich die Liebe investiere und dafür kann ich dir in zehn Jahren mehr Liebe geben. Ja. Rendite. Ja. Das ist das Kosewort hier. Die Aktienrente. Übrigens, das ist Friedrich Merz' Lieblingsding. Er will, dass die Deutschen als Pflicht quasi in Aktien investieren und das will er staatlich fördern. Als Rentenanlage in Aktien investieren. Ja. Na gut, das gibt es ja viel. Ja, aber das ist halt daran gebunden und das ist ja jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass die Wirtschaft einfach in dem Maße weiter wächst, wie sie das in den letzten 20, 30 Jahren getan hat und nicht crasht. Und dieses ganze System ist halt einfach relativ volatil. Also das ist ja eh immer diese ganze Sache auch mit den ganzen Nullzinsen, dass man sagt von wegen, ja warum holst sie jetzt in kein Haus bei dem Zinssatz? Wo du denkst, ja, erstmal wahnsinnige Idee mit nichts in der Hand, aber dann, wenn du halt monatlich abdrücken musst, dann heißt es, boah, boah, jetzt gehen die Zinsen plötzlich hoch. Ja, genau. Und vor allem selbst mit Null Prozent Zinsen bekommst du ja, wenn du dir einen Kredit über 300.000 nimmst, nicht Null Prozent. Ich kriege ja auch keinen, also welche Bank gibt mir 300.000? Also die sind ja dann auch auf Crack. Ja, also ich weiß, aber selbst das ist da halt die Sache. Die Aloha Crack Bank. Ja, aber selbst wenn wir einen bekommen, bekommen wir halt so fünf Prozent Zinsen oder so und dann steigen die Zinsen auf zwei Prozent und dann sind wir halt schnell bei 15. Und dann war es das halt und dann können wir halt den Rest nicht abbezahlen und sind in Privatinsolvenz gegangen. Und also das sind halt einfach Modelle. Aber sie haben doch 200.000 Euro, was haben sie mit dem ganzen Geld gemacht? Ja. Ich musste 500.000 zurückzahlen. Gott, da haben sie einen ganz schlechten Deal eingefiedelt. Das heißt, du musst einfach zur Bank gehen und sagen, ich will fünf Prozent auf mein Sparkonto, um mal Carsten Maschmeyer zu zitieren. Sonst hole ich mir die ganzen Cum-Ex-Geschäfte wieder zurück. Ja, ich meine, das können wir natürlich auch einweben in den Geist der vergangenen Weihnachten. Oh, geil, wir verkleiden uns als den alten Maschmeyer mit Popelbremse. Ja, das finde ich gut. Von Zufrins, wir wieder. Nein, 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 das ist ja rausgekommen. Schön ein bisschen Puderzucker in den Schnurrbart gespielt. So eine schön lila Fliegersonnenbrille getönt. Ich sage es auch selten, aber jemand wie Carsten Maschmeyer profitiert echt von einem Schnurrbart, weil er ein bisschen was von seinem Gesicht verdeckt. Er hat ja diese bizarre Fratze von diesen ganzen operierten L.A. Damen aus den 90ern, die halt alle aussahen wie irgendwelche ganz bizarre rasierte Tiger. Er sieht ein bisschen aus wie so eine geschmolzene Wachsfigur. Ja, ich finde, er hat halt von Knochen und sonst was sieht es halt alles aus wie diese, ja, wie diese ekligen Damen, die halt dann alle so was Raubtierartiges hatten. Aber diese geschwollenen, rasierten Katzen so. Und das, also bei ihr, er ist ja auch irgendwie zugespritzt und aufgedüttelt und so. Und das ist halt einfach total unangenehm. Ich habe irgendwann mit, kriege ich es nicht auf das Weltgewahr, dass halt auch, dass der gar nicht lange Zeit angefangen hat, sein Insta-Profil zu starten. Und dann sitzt er da halt auch, man wird dann halt von irgendwelchen unterbezahlten Studenten, die alles lecken, was er fallen lässt, halt irgendwie gefilmt hier auf dem Sofa. Hallo Freunde, ja, das bin ich privat. Und wenn ihr mir folgt und einen Daumen hoch, achso, hier gibt es keine Daumen, dann gebe ich euch immer Infos, wie ihr auch mal ein bisschen privat hier Geld investieren könnt. Das immer diese Leute, die sich halt hochbetrogen haben, was die immer für Investment-Tipps geben. Du sagst von mir, ich habe Omas damals übers Ohr gehauen und den Versicherungs- und Bein gequatscht, ihre Ängste maximal geschürt und die hatten keinen, mit denen sie es teilen konnten. Damit bin ich reich geworden, dann habe ich ihnen noch einen Start in meinen Arsch gehauen, dann mache ich große Veranstaltungen, wo die Leute alle blöde Versprechen kriegen, niemals in der Hand. Das ist mein Weg und du kannst das auch. Ja genau, du brauchst eine richtig gute Geschäftsidee und da musst du dich connecten. Aber jetzt kritisiert ihr immer Leute, die so sind wie er damals. Du bist mir ein bisschen zu unehrlich, das ist ein bisschen forsch, das ist auch, ich finde, ich kann gar nicht sehen, was deine Idee dahin ist, ich bin da nicht dafür. Ich finde, das hat schon was Illegales. Ja, das bist du Ficker. Ach ja, das sind halt einfach Leute, die im Gefängnis sitzen sollten. Naja, können wir jetzt, das können wir jetzt nicht ändern, aber wir haben dem Fotzen Fritz schon mal gezeigt, wo seine Scrooge-Hhaftigkeit herkommt. Ja. Als Geist der vergangenen Weihnacht. So. Als Geist der gegenwärtigen Weihnacht schleppen wir ihn zu einer Familie, die es nicht so gut hat wie er. Das macht der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Der nimmt Scrooge mit zu seinem, ich glaube, sein Neffe ist es. Ja. Ich glaube, es ist sein Neffe. Bei Scrooge ist es ja sein Bruder. Ja. Okay, ja stimmt, der arm, aber glücklich ist. Genau. Also in Anführungszeichen, der ist ja auch nicht arm. Genau, und das ärmste Kind, Tiny Tim, wird halt bald sterben, sagt der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Ja. So, wo bringen wir Friedrich Merz dahin? Wir setzen uns jetzt in ein Taxi. Irgendwie kannst du irgendwie den ins Kinderhospiz stellen oder so. Weil wahrscheinlich irgendwie Familien eher sich wahrscheinlich da aufhalten. Und, aber ich weiß nicht, ob der nicht sagt von den Geist, das gibt es ja immer, das hat ja nichts mit Geld zu tun oder so. Ja, deswegen glaube ich, müssen wir ihn irgendwo in ein ärmeres Viertel bringen. Ja, wenn du hellerst du auf Marzahn bringst oder so, dann wird der wahrscheinlich merken, hier alle zu faul zum Lernen und deswegen kein Geld. Aber klar. Ja, das müssen wir ihm halt zeigen. Scrooge sagt das ja dann mehr oder weniger auch, dann irgendwie direkt danach. Er ist auch noch nicht so richtig bekehrt. Also er glaubt, von Geist zu Geist glaubt er mehr dran, aber er glaubt nie so richtig dran bis zum letzten Geist. Ja, vielleicht auch irgendwie eine Flüchtlingsfamilie oder so. Also mit den ganzen. Ja, also wir gehen auf Tour mit Friedrich Merz. Ja. Ja, ich, also es ist natürlich bei so jemandem, glaube ich, echt schwer, dass da halt so, dass da so eine Empathie entsteht, dass der halt wirklich empfindet und versteht, was da auf der anderen Seite passiert oder ob der einfach nur aushält und sagt, das ist wie Fernsehen. Wie gesagt, deswegen, wir können halt nicht so einen 180-Grad-Wandel lieber Scrooge erwarten. Ja. Wir müssen mit kleineren Schritten leben. Also wenn er nur frohe Weihnachten auf Twitter schreibt, ist es, glaube ich, das Maximum, was wir erreichen können. Also ich glaube, ich fände es interessant, wenn der halt irgendwie was sieht, also irgendwie eine arme Familie, die aber trotzdem plötzlich sehr herzlich, was heißt trotzdem, sondern die sehr herzlich miteinander umgeht und sehr teilt. Und das wenige für ihn wahrscheinlich nicht da, was das Geringe, was da ist, dass die es halt noch teilt und ihn vielleicht sogar, dass er es nicht nur von außen betrachtet, sondern sie ihn in die Mitte nehmen. Ja. Und sagen von wegen, hier, haben sie auch ein Stück Kuchen. Und dann kommt er von wegen, ja, schneiden Sie mal all nicht ab. So, und man, nee, wir haben ja nicht mehr. So, ist, ähm, so, äh, gut. Das ist halt so ein bisschen, ob er vielleicht erst mal so anfängt, dass er das nicht ganz schneit und medienwirksam versucht mitzumachen, weil er denkt, eventuell gibt es hier so ein Daumen hoch. Vielleicht auch eine Familie, die einfach durch Aktien und so schlechte Bankinvestments viel Geld verloren hat. Ah, stimmt, die so ein bisschen Verbindung hat, so. Ja. Das ist ja von wegen. Das ist ja dann halt einfach, wenn er sagt, so, ja, aber habt ihr ein Geld in Aktien investiert, so, ja, vor zehn Jahren. Ja, das ist halt von wegen, wir haben alle ihre Ratschläge befolgt, also so gut, dumm, gläubig. Die Bank hat uns, wir haben uns noch von der Bank beraten lassen, die haben uns einen Fonds zusammengestellt. Im Kleingedruckten stand halt drin, das kann alle, wir können alles verlieren, aber der Bankangestellte hat uns versichert, das geht nicht eigentlich und dann, wir haben es halt unterschrieben und haben alles Geld verloren. Genau, wir hatten halt noch Hypothek auf, keine Ahnung was, also von Mittelstand oder Randmittelstand irgendwie in die Unterschicht abgerutscht. Wir haben halt alle einen Job, aber das bringt halt nichts. Genau. Wir zahlen halt jetzt zu viel Miete, weil wir das irgendwie stemmen müssen, wir haben halt den Bausparvertrag verloren dadurch. Und immer nicht ihn direkt betiteln und so, wir haben uns halt belatschen lassen, das stand ja immer so in den Medien und wurde ja immer so propagiert, dass fürs Alter gerade sollten die Leute halt in die Aktien gehen. Und wir haben uns versucht zu informieren und dann, wenn dann halt einfach der vertraute Bankangestellte einen da verdient. Der das ja beruflich macht. Genau, der einen zu diesen und jeden Fonds oder was auch immer dann halt rät. Und dann ist das passiert, was halt, ja. Und plötzlich, die, die sich auch alle distanzieren und sagen von wegen, das ist da irgendwie sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass so was, naja, ein bisschen Schwund ist immer. Oder irgendwie so eine Scheiße, ich gewinne auch nicht immer bei den Aktien oder so. Ja, nee, genau, jetzt ist, aber noch haben wir eine Chance, ihn zu überzeugen. Ja. Mit dem Geist der zukünftigen Weihnacht. Dass es sein eigener Tod war, das ne? Genau, der führt ihn aufs Grab und keiner trauert um seinen, um seinen Verlust. Und ich glaube, was Friedrich Merz mehr wehtun würde, als keiner trauert um seinen Verlust, das hat er ja schon mal erlebt, als er aus der CDU prominent ausgeschieden ist, sind halt Sachen wie, A, die Springerpresse schreibt auch schlecht über ihn. Oder die Leute hassen ihn halt einfach. Also noch viel schlimmer, als keiner traut darum, dass die Leute ihn halt einfach als den Betrüger erkennen, der er ist. Bisschen wie bei Maggie Thatcher, als sie gesungen haben, Hurra, die Hexe ist tot. Ja. Was ja halt schon krass ist. Habe ich dir das mal erzählt mit dem Video zu ihrem Todestag, wo sie eine schottische Frau interviewt haben, von sie auf Twitter geteilt. Und die Leute von BBC oder Channel 4 oder wer auch immer, sieht ja Channel 4 aus, aber wahrscheinlich BBC, die das Interview durchgeführt haben und meinten, ja, möchten sie noch irgendwas zu, was haben sie denn zu Maggie Thatchers Tod zu sagen? Sie wird ja jetzt heute hier beigesetzt. Und die Frau meinte, ja, schlagt ihr einen Pflock durchs Herz, um sicherzugehen, dass sie nicht wiederkommt. Passend dazu, Boris Johnson liegt übrigens 10% vor Labour und Jeremy Corbyn in den Umfragen. Ich meine, wenn du so in die Geschichte eingehst, dass sich ein Völk, also oft ist ja immer, dass die Leute so wie bei Kohl, dass keiner, die wenigsten halt offen, aber da war es ja nicht schwer für die Presse und nicht für die reißerische Presse, für eine normale Presse, Leute zu finden oder Massen zu finden, die den Tod gefeiert haben. Von wegen, die Fotze ist weg, verbrennt ihren Körper und denkst du, wow, und das bleibt in Erinnerung. Und ich glaube, wenn du das, und auch wirklich aus der Springerpresse, dass die sich halt auch gegen ihn stellen. Ist man so von wegen, verbrennt den geldgeilen Gollum, so. Ja. Die Glatzenfotze. Legt ihm einen Stein aufs Grab. Genau. Einen schweren Stein, damit er nicht wiederkommt, ja. Schreibt nur noch Fotzenfritz auf den Grabstein. Oder gar nicht wahrscheinlich Grab, weil sagt man von wegen, die Erde geht dann kaputt, sondern der kommt in so ein Zwischenlager oder ein Endlager, ein Gorleben oder so. Ja. Kommt in einen von den Fässern mit rein. Ja. Der immer pro Daumen hoch für günstige Atomenergie oder so, Uranenergie. Fotzenfritz, danke für Ihre Rendite, steht auf dem Fass. Genau. Ja. Und so ein, und dass man dann so sieht, dass man so in Jahren springt, dass jährlich halt immer gefeiert ist, es wird immer daran gedacht, dass er tot ist. Das bringt halt auch die Ärmsten der Armen halt immer zum Feiern. Und halt aber auch die Mittelschicht und vielleicht sogar die betrogene Oberschicht, keine Ahnung. Also, dass halt alle so von wegen, ja. Darauf können sich alle einigen, dass der schlimmste Kanzler, den Deutschland je hatte, war Friedrich Merz. Ja, genau. Irgendwie sowas, ja. Dass halt auch irgendwie seine ganzen, seine ganzen Gelder, also er wird mit Sicherheit auch so ein bisschen wie Jauch halt ohne Ende Immobilien rumfliegen haben. Und das, keine Ahnung, entweder so gut ist, dass sie halt alle, weiß ich nicht, armen Obdach bieten oder. Nee, alle Immobilien werden abgerissen und Salz in die Erde gestreut. Oder sowas. Ja. Dass da halt einfach so eine, alles, alles wäre so ein kleiner Endlager. Ja. Dass halt so ein großer Radius entsteht, da will keiner mehr wohnen. Keiner, wo irgendwie, der den Fuß berührt hat, länger, da will keiner mehr, das sind alles. Aber dann ist schon wieder wie verbrannte Erde und ich werde ewig in den Köpfen bleiben oder so. Das, natürlich als Teufel, aber immer da. So, also schönes Vergessen wäre ja auch geil. Räuchte ich. Wichser, Wichser und dann ist er weg. Nee, das ist die Frage, das wäre die andere Strafe, die römische Perskription. Wenn sich jemand in Rom so unbeliebt gemacht hat im öffentlichen Dienst, wurde sein Name aus allen Dokumenten gestrichen. Uh, aus der Zeit genommen. Und der Name, der Name wurde von allen Säulen gekratzt. Das war dann als ob die, also für die Nachwelt, ist halt schwer zu belegen heute, weil es so war, als hätte die Person nie existiert. Krass. Das wäre aber auch geil. Ja. Das, das ist natürlich die absolute Höchstschade. Vielleicht ist es halt dann wirklich auch ein nicht benannter Grabstein. Das ist einfach nur ein Fass. Punkt. Und dann irgendwie, das irgendwie so ein Kind oder was. Mama, wer war das? Mhm. Weiß nicht. Ja. Weiß nicht. War, war nicht wichtig? Oder? Ja, und das muss so ein Jahr nach seinem Tod sein. Das, das sind die gleichen, bei denen er zum Essen war. Ja. Die ihn gesehen haben. Ja. Die bei, seine für Geschichte vielleicht, aber mit ein bisschen, weiß nicht. Weiß nicht, wer das war. Keine Ahnung. Gut. Okay, also ich glaube, wir sind jetzt eine Stunde drin. Den finde ich gut. Den finde ich gut. Ja, wie weit kriegt das denn Friedrich Merz? Also bei den anderen habe ich ja gedacht, hm. Also auch bei der armen Familie. Ja, das ist bei Scrooge auch so. Der ist auch immer so ein bisschen hin und her. Aber ich meine, klar, ich gehe dann von meiner Position aus oder vielleicht, dass sich jemanden so ein verbohrt ist. Ich weiß nicht wie. Die, also er wird mit Sicherheit auch ganz schön psychische Blockaden über sein Leben aufgebaut haben, wo halt einfach, da ist halt eine Taubheit. So, da ist halt so, weg, weg. Und das habe ich so gedacht, da könnte ich mir vorstellen, das möchte er halt auch ganz schnell weg haben. Und das müsste dann halt irgendwie, glaube ich, lange so stehen. Dass er merkt, von dieser Punkt ist halt einfach nichtig. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, das ist ein gutes Ding. Also ich könnte mir dieses, der dumme Wichser, bla, ja, das ist einfach noch zu viel. Und das ist einfach so, weg, weg. Und das ist dann halt auch sowas wie Zeitung oder keine Ahnung, dass halt in so alten Bildarchiven auf, keine Ahnung, entweder im Netz oder halt auf Mikroband oder sowas, sind es nur Flecken. Leere Flecken, nie da. Oder, also jetzt nicht von wegen geändert, sondern nie da gewesen. Das sind leere Flecken. Das fände ich schon. Okay, aber kriegen wir ihn dazu, eine gute Tat zu verbringen? Also damit, beziehungsweise vielleicht nachzudenken, Dinge zu ändern. Also die Frage ist, ich habe mich mit dem noch nicht so doll beschäftigt, ist der so smart, dass der dann halt weiß, was der Kern ist des Ganzen? Weil das wäre ja nicht von wegen was ändern, sondern es wäre ja alles anders machen. Es wäre nicht, ich gehe nach Hause und sage, denk mal, das mit der Altershände. Ich glaube halt, so weit kriegt man den nicht. Das ist halt, ich glaube, du kriegst dann halt vielleicht zu einer guten Tat. Dass er irgendwie auf einmal viel Geld in die Hand nimmt und das in einem armen Haus spendet. Ich glaube nicht, dass du jemanden wie Friedrich Merz im Kern seiner Person ändern kannst. Ja, manche Leute kriegen ja sowas mit einem Schicksalsschlag. Also zum Beispiel der Klassiker, viele, die halt irgendwie immer ihren Körper so scheiß behandeln, die brauchen dann halt einfach einen Herzinfarkt oder halbseitige Lähmung, irgendwas, die sagen, jetzt aber anders. Und darüber hinaus geht ja manchmal von wegen, oh, mein Leben war ja auch nicht so gut. Nicht nur das halt, weil es geht ja alles einher. Ja, also geil wäre es natürlich, wenn er halt dann sowas macht wie rückwürgen, geht er nochmal an den ersten Punkt. Oder nicht den ersten Punkt oder einen älteren Punkt, dass er halt den, wie du eingangs gesagt hast, den Obdachlosen. Dass er dann nochmal versucht. Das ehrlich, wenn er dem Obdachlosen, der inzwischen auch nicht mehr obdachlos ist, der hat inzwischen einen Job als Koch, war es glaube ich. Das ist mittlerweile die Geschichte von dem bekannt, was aus dem Obdachlosen ist. Ja, es gab im Tagesspiegel, glaube ich, war das der Artikel, wo Friedrich Merz wiederkam. Der hat ja jetzt irgendwie spektakulär vor zwei, drei Jahren den Einstieg wieder in die Politik gemacht. Weil er dachte, jetzt ist es soweit Merkel schwächelt. Und Merkel hat ihn ja damals mehr oder weniger aus der CDU rausgeekelt. Und er dachte, jetzt, wo Merkel schwächelt, ist es seinen Einstieg wieder mit dem wiedererstärkten rechten Flügel der CDU auch im Aufwind vielleicht doch Kanzler zu werden. Es war ja auch noch eine knappe Geschichte, bis wann war Schröder knapp? Bis 2005? Es war eine knappe Geschichte, wer gegen Schröder antritt in der CDU. Schröder war 2,5? 98 bis 2,5, ja. Echt? Also gerade, als ich nach Berlin kam? Ja, 2,5, 2,5, ja. Und es war eine knappe Geschichte, wer gegen ihn antritt, Merz oder Merkel. Und, naja, ja, also wenn man ihn dazu bekommt, dem halt einfach, ein bisschen Geld zu geben, ihn irgendwie zu unterstützen oder sich zu entschuldigen. Aber nicht von wegen, weil man das verlangt, sondern weil das versteht. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Maximum, was wir erreichen können. Der steht dann da und sagt, Alter, du hast mir ein Buch geschenkt. Dein Scheiß. So, ich schicke dir mal den Artikel, den kannst du nachher als Lektüre lesen. Hoffentlich vom Schlafen gehen, sonst kriege ich dir das schon geträumt. Ja. Schönes Foto auch von Fotz und Fritz. Ja, aber ich würde sagen, dass... Ja, meinst du denn, dass man den kriegt mit den Aktionen, die wir jetzt gedacht haben? Dazu, ja, aber ich glaube, das verflacht dann relativ schnell wieder. Ich meine, man wird ja auch geprägt und gehalten von seinem Umfeld. Ja, eben. Der müsste ja in eine andere Welt... Also man könnte auch sagen, ich gehe jetzt zur SPD, das wird ja dann nicht anders. Ja, aber nee, deswegen meine ich ja, du kriegst halt den nicht bekehrt. Der ist halt keine Romanführer wie Scrooge. Ja, ja. Scrooge hat aber alles beibehalten. Der hat nur seine Leute dann besser bezahlt und so. Ja, ja. Weil zum Beispiel bei Scrooge, da weiß man ja auch nicht, Bill Murray hat ja dann auch nicht gesagt, ich höre auf mit dem Sender, sonst was. Sondern er hat ja auch nur gesagt, hey, lustig, und hier, dich stelle ich ein als Sicherheitsbeamter und meine Ex-Frau von damals, mit der komme ich jetzt auch wieder zusammen. Aber er hat ja nicht gesagt, ich reiß den Scheiß jetzt und ich lasse, ich höre auf damit. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das Buch endet mit einem Epilog, der erzählt wird, wo es um Scrooches Leben geht und wo er erzählt wird, dass er einen kompletten Lebenswandel hatte. Okay. Meine ich. Weil alle Verfilmungen, alle hören ja ab dem Moment auf. Ja, genau, mit dem Weihnachtsfest. Aber ich glaube, es wird eigentlich erzählt, es gibt einen Erzähler, der eigentlich sagt, Nein, Scrooches hat einen kompletten Lebenswandel, hat die Leute besser bezahlt, hat seine Lektion gelernt. Okay. Ja. Ja, gut, ne? Gut. Schreibt uns an, at fotzenfritz.online. Oder finesse at gmail.com. Da guckt er ganz verschmitzt. Findet finesse auf allen Podcast-Apps außer Spotify. Warum nicht? Weil wir die Mail nicht kriegen. Wir kriegen halt keine Bestellung. Ich verstehe es auch nicht. Wie ist der normale Vorgang? Wie macht man das? Du meldest, du reichst den RSS-Feed über die Website ein. Der halt auch bei iTunes, bei den ganzen anderen Podcast-Apps ist. So, und diesen RSS-Feed reichst du da ein. Wie heißt das einreichen? Auf einer Seite einfach eingehen? Ja, bei podcasters.spotify.com. Okay. Oder wie auch immer. Und dann bekommst du eine Bestätigungs-Mail. Und da musst du halt einmal draufklicken. Aber wir kriegen die Mail nicht. Und du hast es einmal eingereicht mit deiner E-Mail-Adresse? Ja, das ist meine WordPress-E-Mail-Adresse. Und ich bekomme halt auch über WordPress auch öfter mal Spam-Mails an die Adresse. Dann gib mir doch mal den RSS-Feed und dann kann ich das vielleicht über unsere E-Mail-Adresse machen. Nee, du bekommst das über die RSS-Feed-Adresse. Ach so. Okay. Und die ist mit der Website verbunden. Ach so. Und ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Also hast du es schon mehrmals gemacht? Ja. Das ist ja bizarr. Ja. Aber gibt es ja nicht ein Service-Telefon oder sowas? Ja, Spotify hat ein Service-Telefon. Mich hat es nicht? Oder kann man so ein Help-Dings nicht schreiben? Weil die Geschichte ist ja nicht komplex. Ist ja nur von wegen, ich melde mich an, gib den RSS-Feed ein. Dann müsstet ihr mir auf die angemeldete E-Mail ein Ding schicken, kriege ich nicht. Ich probiere es mal. Ich meine einfach nur mal zu erfahren, was? Ja, ja. Weil jeder Hans Pimmel hat ja dann irgendwie mit einer zweieinhalb Folgen einen Spotify-Account. Ja, da brauchst du ja nicht mehr eine. Ja. Also, nee, ich meine, ja klar, du brauchst ja nicht mehr eine. Wichtiger ist tatsächlich Apple Podcast, aber ist egal. Apple Podcast ist wichtiger, weil sich alle anderen Podcast-App den RSS-Feed von Apple Podcasts grabben. Mhm. So. Aber wir sind auch auf YouTube als Pinnisse mit Dirk und Klaus. Ja, und die letzte Folge ist sogar wie ein tolles Video. Naja, tolles Video, weiß ich nicht. Das ist nicht ganz so spektakulär, wie man denkt. Man sieht irgendwie, dass du das schon erfahren hast, die ganze Zeit gemacht hast. Am Anfang, ich halt Positionen suche und irgendwie dir immer Hallo und immer mein Gesicht spiegelt die ganze Zeit. Ich spüre die Kamera, ich spüre die Kamera und du sitzt die ganze Zeit nur, als ob du auf dem Pott sitzt. Die Arme so verschränkt auf den Bauch klemmt, die ganze Zeit nur da. Und nachdem du das Sushi gegessen hast. Man sieht aber auch nicht, ich mache das nicht auf, das Sushi. Ich habe es nicht ganz gesehen. Ich habe nur mal so durchgespielt. Doch die erste Packung hast du gegessen. Ja, genau. Die zweite war ja irgendwie abgelaufen. Das war schon offen dann. Ja, aber irgendwas war, was dich gestört hat. Ja, die war offen. Das Siegel war offen. Ach so, okay, okay. Und ich mache das auch nicht auf im Video, glaube ich. Also ich habe halt so durchgeskimpt. Naja, Video aus allem, guckt euch an, dann erfahrt ihr mehr über spannende Sushi-Geschichten. Erschreckend ist, wie du halt diese ganzen nischigen kleinen Dusselfragen von mir beantworten kannst. Wo ich am Anfang dachte, ja gut, zwei, drei Schaffer. Und dann sein Gehirn, ja, und da habe ich das gesagt. Und dann habe ich gesagt, pau, das ist wie ein Headshot bei bla bla bla. Das war so ganz genau. In diesem Sinne, das war Folge 101 von BUM für Nüsse. Guten Abend.